Herzlich Willkommen zur zweiten Folge von Spotlight und wie bereits angekündigt heute mit einem Hortenshooter, der uns ein bisschen zurückführt in die gute alte Zeit ins Jahr 2008. Denn damals hat Valve mit Left 4 Dead nicht nur massig Spieler begeistert und den damals vorherrschenden Zombie-Hype weiter befeuert, sondern im Grunde auch ein ganz neues Genre aus dem Boden gestampft, nämlich die Hortenshooter. Und wenn man sich die Releases der letzten Zeit so ein bisschen anguckt, könnte man ja den Eindruck gewinnen, dass dieses Genre aktuell ein großes oder kleines Revival feiert. Zum Beispiel mit Warhammer Vermintide 2 ist so eine Art Fantasy-Variante von Left 4 Dead erst kürzlich erschienen und auch Rainbow Six Siege hat mit dem Outbreak-Event seinen eigenen Horten-Modus bekommen, wenn auch nur für kurze Zeit. Das Spiel, das ich euch heute vorstellen möchte, hätte sich also keinen passenderen Zeitpunkt aussuchen können, um Schlagzeilen zu machen. Denn auch Earthfall ist ein klassischer, kooperativer Hortenshooter, der sich schamlos bei Left 4 Dead bedient, das Spielkonzept nicht besonders mutig mit neuen Elementen aufbricht, dabei technisch noch nicht ganz auf der Höhe, aber für Genre-Fans durchaus einen Blick wert ist. Was Earthfall jetzt besonders macht, welche eigenen Wege es versucht zu gehen und warum man durchaus seinen Spaß damit haben kann, das möchte ich euch in den nächsten paar Minuten verraten. Eine Sache vorneweg noch, ich habe den Key für Earthfall vom Publisher gesponsert gekriegt, das heißt aber nicht, dass ich ihn in irgendeiner Weise voreingenommen bin, nein, meine Spieleindrücke, die gibt es ganz unfiltriert und freischnauze, so wie ihr das eben gewohnt seid von mir. Earthfall ist derzeit auf Steam im Early Access und für knapp 15 Euro erhältlich. Entwickler Holospark will den Titel in Kürze auch für Xbox One und Playstation 4 veröffentlichen. Die Aufnahmen, die ihr seht, die stammen aus der PC-Fassung. Wer Left 4 Dead kennt, dem brauche ich das Spielkonzept von Earthfall eigentlich gar nicht mehr zu beschreiben. In jeder Mission bahnt ihr euch mit drei anderen Spielern oder eben mehr oder minder begabten KI-Begleitern einen Weg durch ein schlauchiges Areal voll mit Gegnern. Die spawnen en masse an zufälligen Punkten der Karte und fallen euch aus allen Himmelsrichtungen an. Am Ende einer Mission müsst ihr euch dann gegen mehrere Gegnerwellen verteidigen, wenn ihr auf ein bestimmtes Ereignis wartet, wie zum Beispiel die Ankunft von einem Rettungsboot oder irgendetwas in dieser Art. Der dabei offensichtlichste Unterschied zu Left 4 Dead ist, dass Earthfall die hirnlosen Horden von Zombies durch ebenso hirnlose und ebenso hordige Aliens austauscht. Das war es aber im Prinzip schon. Die Standardgegner, die Drohnen, die stürmen in Massen auf euch los, sind einzeln jetzt nicht wirklich eine Bedrohung, können euch in Gruppen aber trotzdem ziemlich gefährlich werden. Das Zauberwort hier heißt Crowd Control und das klappt auch bei Earthfall Ast rein. Ihr kitet also größere Horden hinter euch her und knallt sie in der Rückwärtsbewegung ab oder nutzt eben Spreng- oder Brandgranaten. Bei solchen Manövern, da solltet ihr aber immer auf eure Ausdauer achten, denn in Earthfall könnt ihr nicht Dauersprinten. Da ihr im normalen Tempo aber trotzdem flott genug unterwegs seid, tangiert euch so eine Einschränkung nur in relativ wenigen Situationen. Neben den Drohnen gibt es auch spezielle Aliens, Sepa, Thrasher und Whiplash. Die sind allesamt eins zu eins ihren Vorbildern aus Left 4 Dead nachempfunden und entsprechen also dem Boomer, dem Hunter oder eben auch dem Jockey. Mit dem Enranger und dem Blackout hat Earthfall aber auch ein paar Eigenkreationen auf Lager. Der letzterer, der Blackout, hat beispielsweise Schilde und wenn diese heruntergeschossen sind, dann blendet euch das Viech und macht im Vorbeifliegen Schaden. In der Spielwelt findet ihr zudem Auto-Turrets, Geschützplattformen oder auch schwere Waffen wie zum Beispiel den Flammenwerfer. Die kommen euch besonders dann zugute, wenn ihr eine große Gegnerwelle überleben sollt. Schwere Ballermänner lassen sich wie in Halo dann zusätzlich zu eurer Primär- und Sekundärwaffe tragen. Solche großen Kaliber machen zwar ordentlich Schaden, haben im Gegenzug aber relativ wenig Munition und verlangsamen euch. Neben der aktiven Crowd-Control gibt euch Earthfall außerdem noch die Möglichkeit, euch zu verschanzen. Damit wären wir dann aber auch schon beim letzten, aber wohl auch interessantesten Alleinstellungsmerkmal dieses Spiels angelangt. An bestimmten Locations, da findet ihr Barrikaden und mit denen verrammelt ihr dann Türen und Zugangswege und errichtet euch so schnell und einfach quasi eine kleine Safe Zone. Oftmals findet ihr dort auch so eine Art 3D-Drucker, mit dem ihr, so wie am Fabricator aus Gears of War 4, bessere Waffen oder auch Geschützturme craften könnt. Eure Barrikaden, die halten die Aliens für kurze Zeit auf, ohne euch dabei aber einzusperren. Gerade wenn ihr gegen eine große Horde kämpft, ist es sinnvoll, diese Vorteile zu nutzen. An und für sich finde ich dieses Feature ziemlich gelungen. Der Einsatz von Barrikaden ist eine tolle Ergänzung zum ansonsten recht drögen und auch schon ein bisschen ausgelutschten Spielkonzept. Leider seid ihr im Spiel aber eher selten wirklich darauf angewiesen, euch zu verschanzen. Und da hätte ich mir einfach mehr Mut von den Entwicklern gewünscht, statt einfach eine etwas abgewandelte Kopie von Left 4 Dead zu machen, wäre es mir lieber gewesen, Man hätte das Spiel mehr aufs Verschanzen ausgelegt und dann meinetwegen so wie in Smite auch noch Fallen und anderen Kram reingebracht. Eine etwas weniger klassische Herangehensweise und die hätte es meiner Meinung nach auch für die Langzeitmotivation gebraucht, denn sowas wie Spielerfortschritt, den gibt es in Earthfall nicht. Im Vergleich zu Vermintide verzichtet Earthfall quasi komplett auf Progression-Finessen. Es gibt keine Stufenaufstiege oder Beutewürfel, entscheidend über Sieg oder Niederlage ist weitgehend nur euer Können und eben die Zusammenarbeit mit eurem Team. Das einzige, was ihr aus abgeschlossenen Missionen mitnehmt, sind Vorlagen für den 3D-Drucker und so könnt ihr dann zum Beispiel schneller auf bessere Waffen zurückgreifen. Zudem gibt es immer wieder neue Infos über die Aliens, die als Codex-Eintrag freigeschaltet werden und so stückelt ihr euch dann nach und nach die Geschichte und die Hintergründe um die Alien-Invasion zusammen, was mich persönlich jetzt aber nicht sonderlich interessiert hat. Alles in allem ist das einfach nicht mehr zeitgemäß. Ein bisschen mehr Progression hätte da schon sein dürfen. Es muss ja nicht gleich ein ausgeklügeltes und zugegeben ziemlich kompliziertes System wie in Vermintide 2 sein. Zumindest ein paar Spezialfähigkeiten oder Waffenerweiterungen, die könnte Earthfall jedenfalls gut vertragen. Und wo wir gerade bei den Waffen sind, die konnten mich in Earthfall so überhaupt nicht überzeugen. Weder das Handling noch der Sound. Alle Waffen klingen irgendwie flach und hören sich meiner Meinung nach eher so wie Soft-Airs oder Druckluftwaffen an. Und zum großen Teil fühlen sie sich auch genauso an. Merkliches Waffen-Feedback oder Rückstoß gibt es nämlich offenbar nicht. Ob das jetzt bewusst so gemacht ist, weil die Waffen ja aus dem 3D-Drucker kommen, das kann ich euch nicht sagen. Ich kann nur sagen, dass ich es relativ lahm finde. Und auch technisch ist Earthfall nicht so wirklich auf der Höhe. Das Spiel ist zwar jetzt nicht hässlich, aber eben halt auch keine Grafikbombe in Franken. Da wäre das ein klassischer Fall von Bust-Shaw. Aber wenn sich viele Gegner auf dem Bildschirm tummeln, was bei Hordenshootern ja bekanntlich öfters mal vorkommt, da geht die Framerate dann stellenweise in die Knie und sinkt knapp unter 30 FPS, was dann gerade für die Augen von PC-Spielern schon ziemlich rucklig aussieht. Da sollten die Entwickler dringend nachbessern. Beachtet aber bitte, dass sich Earthfall wie gesagt noch im Early Access befindet und technische Mängel wie sowas bis zum finalen Release noch durchaus ausgemerzt werden können. Alles in allem richtet sich Earthfall meiner Meinung nach entweder an die kompletten Genre-Neueinsteiger, die sich so einen Hordenshooter einfach mal ganz unverbindlich anschauen wollen. Oder an alle, die seit dem Release von Left 4 Dead 2 sehnlichst auf irgend so ein neues Vierer-Koop-PVE-Dingens warten. Trotzdem, für die 15 Euro macht ihr nicht allzu viel falsch. Für Genre-Fans also durchaus einen Blick wert. Für alle anderen, die sich damit zwar ein bisschen anfreunden können, jetzt aber nicht so hart in der Materie drin verankert sind, denen würde ich raten, vielleicht auf den ein oder anderen Steam-Sale zu warten oder mal zu gucken, wie es denn mit Freunden aussieht, ob die Freunde denn sowas zocken. Ich werde jetzt auf jeden Fall mich mal beim Publisher schlau machen, ob ich vielleicht für ein kleines Community-Gezocke mal ein paar Keys locker machen kann noch, die wir dann unter euch verteilen und dann könnt ihr mit mir zusammen dieses Spiel spielen. Wenn es dann rauskommt, hätte ich auf jeden Fall Bock drauf. Ich werde es auch im Auge behalten. Ich werde euch auch, wenn es erschienen ist, berichten, was sich jetzt so im Vergleich zur Early-Access-Version alles getan hat. Ob es denn zum Besseren sich gewandelt hat oder zum Schlechteren, was ich nicht hoffe. Denn generell bin ich offen für solche Hortenshooter. Die machen mir seit Left 4 Dead eigentlich schon immer ziemlich viel Spaß. Und das war es auch schon wieder mit dem Spotlight. Vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns dann beim nächsten Mal im Newsflash oder beim nächsten Spotlight. Ich plane den nächsten Newsflash so zum Wochenende hin, eher Ende des Wochenendes, also entweder Sonntag oder Montag dann zu veröffentlichen. Ich hoffe, ihr seid wie immer mit dabei. In diesem Sinne noch ein wunderschönes Wochenende. Ich bin raus, euer Olli. Ich bin raus, ich bin raus, ich bin raus, ich bin raus.